Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bundesliga 2023-2024, dritter Spieltag, Eintracht Frankfurt gegen RFC Köln, Ergebnis 1 zu 1. Startelfen, Eintracht Frankfurt, Trapp, Tutta, Knoch, Pacho, Schiori, Larsson, Butta, Max, Mario, Gottsee, Dina, Mbim, Pe, Emma, Maramosa, Startelfen, Eintracht Frankfurt gegen RFC Köln, Schwebe, Schmitz, Hebers, Schabot, Parada, Lubik, Martell, Waldenschmied, Kainz, Mijana, Dikis. Das war's von Eintracht Frankfurt gegen RFC Köln, 1 Uhr nach 1.